Speicherpunkt! Das reicht. Passt. Ja, wie mache ich sich kaputt? Ich sehe da keinen Sinn für das Teil eigentlich. Nee, das muss mir einer erklären. Was da gedacht ist. Obwohl sich irgendwas zerstört, eine Mauer oder so. Ich sehe aber hier keine Überreste. Okay. Ich bin mal neugierig, was hier oben ist. Wäre aber ein gutes Versteck, muss ich sagen. Hier ist nichts, aber... Wow, dadadadadadadam. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Es ist hier nichts Interessantes zu sehen. Es passt. Die Brücke... Ja, ich hab's gewusst. Bam, da liegst du. Ähm... Okay. Schaut schlecht aus. Ja, so lange Brücken kann ich nicht machen. Wir tauchen wieder. Oh Gott. Dann mal sehen, was wir hier zu entdecken haben. Und ja, komm schon. Hier ist auch nichts. Hier ist auch nichts. Okay. Dann... Das ist keine Sackgasse. Das ist keine Sackgasse. Hä? Hä? Doch, wow, 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 wow. Der Zauberer kann nicht mehr. Ähm, ich hab zu viel Zeit verdrittelt. Ich würd nur mal an die Oberfläche gehen wollen. Schnell. Okay, nochmal. Moment, Ritter kann doch am schnellsten runter, weil es schwer ist. Oh, da war was. Und da ist eine Energiefiole. Hier ist irgendwie nichts. Zack, okay. Schwimmen wir hoch. Hoffen wir über See nichts. Und ja! Diese Höhle gefällt mir wirklich. Ah, okay. Gut, dann raus mit uns. Und wow, welch Schatz, welch Schatz liegt hier hinten verborgen. Aber wir haben keine Zeit, das aufzusammeln, sondern müssen hoch. Und ich glaub, die Stacheln verletzen mich. Das ist interessant. Aber ich glaub, ich hab's raus. Probieren wir dich mal auch. Du müsstest auch aufspießbar sein, wenn ich mich nicht irre. Genau, da. Da kommen wir hin von der anderen Seite dann. Yo. Scheiße. Ja, okay. Doch, das tut weh. Scheiße, verdammt. Bam. Wir sammeln uns hier die Energiefiolen auf. Und weiter geht die Reise. Nein, nein, nein. Nicht da runterfallen. So. Okay. Schieb das weiter voran. Was geht da unten ab? Wow. Verschwindet. Fledermaus, komm. Okay, da ist noch was. Shit, 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 wie das fliegt. Yeah, die Fledermäuse sind Geschichte. Ähm. Können wir euch kaputt machen? Das war jetzt gerade interessant, das bisschen. Komm, wir müssen doch kaputt gehen. Oh, Alter. Ich hab eine bessere Idee. Na, ich kann ihn nicht bewegen. Scheiße. Nee, nochmal. Runter mit hier. So einfach geht das. Und dann gucken wir halt... Wow. Was? Das ist kein normaler Boden. Interessant. Das ist wirklich interessant. Na, super. Wo ist jetzt... Scheiße. Wo ist die Fiole? Da, okay. Ähm. Das war's. Da oben ist doch nichts mehr, oder? Nein. Dich nehmen wir mit. Mal schauen, wo wir dich brauchen. Brauchen wir dich da? Nee, eigentlich nicht. Nein. Boah, scheiße. Nimm das mit. Schmeiß es ins Wasser. Ins Wasser, hab ich gesagt. Oder auch nichts. Okay. Tür öffnen. Magischer Energiekristall. Den trägt jetzt der Krieger. Ähm. Ist er gut für mich. Okay, die Wirkung der Energiefiole wird erhöht. Die hat er... Das hat er jetzt aber nötig. Genau. Der Zauberer. Der hat gerade nicht viel Leben und nicht viel Ausdauer. Also, Mana. Nennen wir es, wie wir es wollen. Wow, das schützt mich vor dem Teil. Da wollen wir jetzt ehrlich gesagt nicht hin. Äh. Was? Blockierst du mich? Oh Gott. Dann... Hier darunter. Ich frag mich echt, ob ich überhaupt eines der Geheimnisse entdecke. Ich denke nicht. Ach du Scheiße. Wo ist das denn mit dir? Yeah. Okay. Zwei Feuerspucker. Und da will ich hin. Scheiße, ey. Wow. Das gefällt mir nicht. Yeah. Der verliegt schon mal runter. Bam, bam, bam. Da waren hier nicht zwei Feuerspucker. Okay, wir haben hier einiges zu entdecken. Bam. Geil, der ist gestorben. Ähm. Boah, wenn mir war nicht einiges. Gucken wir uns mal um. Okay. Okay, Boden erst mal durchgucken. Wo etwas sein könnte. Und ich hoffe, wir entdecken nebenbei mal einfach so ein Secret. Und wenn nicht, dann ist es auch schade. Und ja. Ich denke, das war es jetzt im Wasser, ja. Ist da was oder? Nee. Ähm. Hier ist eine Faust. Brauche ich die? Die mitzunehmen wäre ein bisschen zäh. Ich weiß es nicht. Machen wir einfach mal. Na, jetzt fliegt es ins Wasser. Geil. Bäh. Und es spawnen wieder was Gegnerisches. Von links oben, oder? Ja. Okay. Bam, bam. Energiefiolen wieder. Diese mystischen Kräfte, die hier wirken. Dieser mystische Ort. Es bleibt spannend, was wir hier noch alles entdecken werden. Ich mach das mal hier so. Und du hier. Ah, so. Nein, nein. Ich hab nicht aufgepasst. Shit. Ich hab ganz und gar nicht aufgepasst, wie das jetzt da damit aussieht. Aber. Das Teil geht wieder hoch. Wo es war Ader. Verdammt. Nein. Nein, das gefällt mir nicht. Er wird wieder runterfallen. Mach ich's wieder so. Scheiße. Wie hab ich's vorhin gemacht? Gut. Ähm. Und jetzt guck ich halt... Ja. Zack. Ich hab ein Geschenk aufgehoben. Hab ich das richtig gesehen? Naja. Schreiten wir weiter voran. Wir haben meiner Meinung nach alles erkundet. Und... Woher seid ihr? Nein. Nein, nein. Nicht ins Wasser. Ah, scheiße. Gut. Dann nochmal. Mal. So. Ich hoffe, dass das klappt. Doch. Mit einem bisschen Schwung klappt alles. Und... Los geht's. Gut. Äh. Wieder so ein Feuerspucker. Alter. Zum Glück haben wir einen Doppelpfeil. Weil... Die werden... Würden nur mindestens... Drei Schüsse aushalten. Scheiße. Die würden nur mindestens drei Schüsse aushalten. Jetzt frage ich mich, ob unten überhaupt was ist. Wie weit geht's runter? Ich hab die Kiste nicht landen gehört. Scheiße. Aber wir sind eh gestorben. Deswegen will ich's nicht nochmal ausprobieren. Ah, wir leben wieder. Durch ein Checkpoint. Ja, der Kyle hat's jetzt gecheckt. Was die Checkpoints verursachen. Und sterbe ich da auch? Da ist eine Fiole drin. Deswegen. Ach, das ist ja nur Gesundheit. Ja, dann brauche ich's nicht, oder? Gut. Ähm. Weiter. Nein, nein, nein. Wow. Wow, das war knapp. So, du Feuerspucker. Du hast das letzte Mal gespuckt. Zack. Da oben ist einer. Bei mir unten. Zack. Runter mit euch. Ihr habt hier nichts zu suchen. So einen Bogen zu bedienen, Leute, ist schon eine harte Sache. Ich hab mal eigentlich einmal im Leben Bogen geschossen. Es ist nicht leicht, so einen Bogen überhaupt mal anzuspannen. Das ist schon Arbeit, das muss ich sagen. Ja. Fuck you. So. Zack. Zack. Und das war's. Und das war's. Und das war's.